Hallo und herzlich willkommen zurück zu die Sims 4 100 Baby Challenge. Ja, wir waren, also wir, Mia hat gerade ihr erstes Kind bekommen und zwar Laura. Ich muss mir die Namen immer nochmal so angucken. Und sie ist sehr happy. Ich bin auch happy, dass es endlich mal geklappt hat mit dem ersten Kind. Und wir ändern erstmal das Outfit. So, ähm, ja. Also unser erstes Kind haben wir. Und dann würde ich sagen, wir versuchen schon mal das nächste Kind auf, äh, also ja, anzufangen. Und ich weiß nicht. Aha, wen nehmen wir denn auf unserer Freundschaftsliste? Mirko ist mir irgendwie suspekt, weil der irgendwie böse ist. Manuel, können wir noch nicht, äh, Kevin, weiß ich nicht. Der war irgendwie kleines bisschen komisch, oder? Ach, wir machen das jetzt mal mit Kevin. Erstmal plaudern. Und dann einladen, hier abzuhängen. Ich schwöre mal ein kleines bisschen vor. Wir verstehen ja sowieso nichts. Kimi ist bereit. Wo ist Kevin? Kevin? Wo bist du, Kevin? Das ist nicht Kevin. Kevin. Ha! Da ist Mr. Kevin. Ähm, 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 ähm. Kennenlernen. Ich hoffe, ja, er bleibt stehen. Halt, bleib stehen. Kevin. Danke. Ja, mal gucken. Also, er sieht sehr, warum, warum, warum geht's ihm nicht gut? Was ist los, Kevin? Na, los, Mia. Beeil dich ein bisschen. Kevin hat nicht die ganze Zeit Zeit. Ähm, Tag verschönern. Mal gucken. Sprunghaft. Na gut. Das Perfekte für uns. Dann versuchen wir ihn mal ein bisschen aufzumuntern. Von Herzen kommendes Kompliment machen. Wer ist das? Sie mischt sich in unser Leben ein. Wow, sie will uns Kevin wegschnappen. Nein! Reif? Hallo, Ralf. Oh, Ralf sieht komisch aus. Äh, Shamabu. Wir vergessen Ralf mal. So. Äh, süßes. Mal gucken. Ähm, mit Familie angeben. Über Interessen reden. Äh, nach Tag fragen. Kompliment bei Aussehen machen. So, langsam. Ah, jetzt ist er glücklich. Schön. Ähm. So. Ich denke. Wir machen noch mal. Obwohl, nach Karrierefragen ist auch nicht mal schlecht. Hm, flirten machen wir noch nicht. Andersbruch auch noch nicht. Freundlich. Gibt's ja nicht. Kennenlernen. Hm. Puh, äh. Keine Ahnung. Über kochen reden. Äh, Veranoi. Quava. Parsicom. Ah. Roller Scarecone. Du're going. Hm. Halt! Kevin! Äh. Harfin? Panka. Oh. Mane of a star. Ich glaub, sie mag sie nicht. Halt! Kevin! Wo willst du hin? Bleib hier. Ähm. Am, 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 am. Jemanden parodieren? Schön hierbleiben, Kevin. Hm. Sie will sich uns aufdrängen. Fragen, ob es ein Single ist. Hey, Yune. Oh, er ist Verbrecher. Und das Kevin Single ist. Perfekt. Okay, jetzt sind sie Freude, ne? Jetzt, ähm, kann sie mal versuchen zu flirten. Mua. Uh. Burrow. Uh. Ähm, 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 ähm. Kompliment über Outfiten machen. Dann, was machen wir dann? Wir stehen, sich angezogen zu fühlen. Wunderung ausdrücken. Was? Wap, wap. Oh, muss er los? Er kann nicht los. Huch. Okay, ähm, muss er jetzt wirklich los oder? An Maschbruch. Keine Ahnung, ob das geht. Er kommt hier nicht mehr weg. Huch. Backel-Banilla-Frosp. Ah, Aferoy. Ho, Aderoy. Haha. Perasa. Uh. So, dann noch mal flirten. Oh. Oh. Ciao. Oh, da ist wieder Ralf. Oh, ich glaube, er mag uns. Äh, sie. Ersten Kuss erleben, ich weiß ja nicht. Einen Kuss haufen. Camplin, Trika. Mua. Na gut, ersten Kuss erleben. Mal gucken, ob er drauf anspringt. Oh. Ist ja schön. So, knuddeln. Verführerisch flüstern. Ähm. Mal 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 Rose anbieten. Ich weiß nicht, ob er so. Oh. Also, das läuft jetzt sehr schön. Das ist, muss ich sagen. So, küssen. Er ist auch sehr kokett. Oh. Sind die niedlich. Ähm. Ewige Liebe erklären. Nö. Ähm. Wange streicheln. Können wir gerne machen. Leidenschaftlich küssen. Ob er schon mit mir ins Bett geht. Ich weiß ja nicht. Ähm. 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 Einladen, übernacht zu bleiben. So, 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 so. Mehr Ausfall. Verführerisch flüstern. Also, es geht noch nicht, ähm, irgendwie, aber... Da müssen wir einfach noch mehr hier machen. Ähm. Oh, Jay. Jays Geschichte. Das ist so furchtbar. Ähm. Ja. So, dann, ähm... Knuddel. Ach ja. Kommt das jetzt hier irgendwann? Ähm. Na, anscheinend nicht. Lexa. Hm? Aber sie verstehen sich doch schon mal sehr schön. Ähm. So, was machen wir noch? Wollen wir streicheln? Ich glaube, Mia wird sich mit jedem männlichen Sim hier verkrachen, weil sie jeden ausnutzt und nur die Kinder haben will. Das ist echt schrecklich. Aber, na gut, es muss halt sein bei der Challenge. Oh, ach ja, wir haben ja ein Kind, habe ich ganz vergessen. So, schmutzige Winde wechseln und dann füttern und Brust nehmen. Lass mein Kind in Ruhe, Kevin. So. Jetzt haben wir das mit dem Windelwechsel verpasst. Naja, gut. Ähm, Liebkosen kann sie dann gerne machen. So, so. Ähm, Kramasse schneiden. Hat sie jetzt die schmutzigen Windeln noch nicht gewechselt? Anscheinend nicht. Ach ja, ist das niedlich. Okay, dann haben wir es doch nicht verpasst. Sehr schön. So, schaukeln. Mehr Auswahl. Älter werden, stolz vorzeigen. Stolz vorzeigen. Können wir ja gerne machen. Ach ja. Ach ja. So, ich glaube, er muss jetzt hinkommen. Und schläft. Oder auch nicht. Ähm, so. Aufreizend possieren. Vielleicht geht's ja jetzt irgendwann mal. Er ist kokett. Mir ist sehr kokett. Ach, warum geht das mit dem jetzt noch nicht? Baby machen. Ja. Perfekt. Dann haben wir auch schon... Oder Mia hat dann auch schon das zweite Kind. Auf dem Weg. Das ist doch sehr schön. So, jetzt ist er auch sehr kokett. Das geht sehr schnell. Also, an einem Tag kennengelernt und jetzt schon Kind zusammen wollen. Das ist... So läuft Sims ab hier. Oh. Ja. Und das zweite Kind. Ich freue mich. Es geht voran. Ich freue mich. Gut, so. Kind schläft. Und ähm... Dann müssten wir Abendessen servieren. Machen wir das mal. Was machen wir denn? Oder was macht sie denn? Würzchen und Bohnen. Oh, es gibt sogar ein Küsschen danach. Oh man, okay. So. Oh. Kevin, was hast du jetzt vor? Oh, mit deinem sexy Häschenpantoffel. So. Dem Kind geht's glaube ich gut. Das ist sehr schön. Äh, mir. Mia, du sollst essen. Oh man. Ich glaube, Kevin hat ihr den Kopf verdreht, dass sie sogar fürs Essen, also für ihn das Essen im Stehen ist. Ach okay, jetzt setzt sie sich hin. Oh, sie muss auf Toilette dann. Verwenden und Schwangerschaftstest machen. Halt. Erst Schwangerschaftstest machen. So, ich mach mal ein bisschen Meiter. Okay, aber ob sie jetzt wirklich schwanger ist, ähm, das erfahren wir in der nächsten Folge, denn wir sind schon am Ende jetzt dieser Folge angelangt. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Kommentar da, zum Beispiel wie das nächste Kind heißen soll. Und, ähm, das werde ich jetzt immer machen, äh, dass ich euch frage, wie die Kinder heißen sollen, wenn es ein Junge wird und wenn es ein Mädchen wird. Bitte zwei Namen dann in die Kommentare schreiben. Ansonsten, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, was Mia noch machen könnte, könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020